Wir schon rein, rund um Köln, das nächste Rennen, das ansteht mit PCM Plus, natürlich wieder schöner aufbereitet. Letztes Jahr Ethan Hayter siegreich, Frau Campbell-Stewart, Milan Menden, Nico Denz auf der 4 als bester Deutscher und von unserer Seite aus. Leo Bouvier, Itamar Einhorn noch auf der 10, also das ist wieder ein schwieriger Parcours. Wir wissen das, sehr, sehr hügelig, ein paar Kopfsteinpflasterpassagen, wir gehen allerdings auch mit einem sehr, sehr starken Team dort rein. Wir gehen mal in die Startliste rein, Tobias Andresen, Lund Andresen ist natürlich hier der Top-Favorit von Team DSM, super starker Sprinter, 21 Jahre alt, Sprint 77, Beschleunigung 77, also er wird sicherlich hier einer der stärksten sein. Entschuldigung, Omloop hat Newsblatt dieses Jahr gewonnen, bei Paris-Nizza eine Etappe gewonnen, nice, also richtig stark, Venendal, Klassik, zweiter Platz, richtig gute Ergebnisse für den jungen Dänen. So, wir schauen mal auf die weiteren Fahrer, Edward Teunz mit dabei, Florian Seneschal, wir haben Jascha Sütterlin-Rajovic, der serbische Meister, auch ein guter Sprinter, gutes Talent. Matthew Waltz, Leste Dürer ist auch wieder mit dabei, Ben Turner, Kim Hajduk am Start, Michael Hessmann, ja. Hausdurchsuchung gab es bei ihm, wurde jetzt nichts Doping-mäßiges gefunden, aber ich denke mal, dass das erstmal eine Doping-Sperre geben wird für Michael Hessmann. Und da muss man abwarten, ob er nochmal den Weg zurück in die Spitze findet. Für ihn natürlich in Jays Karriereende mit relativ, ja, in relativ jungem Alter, also Karriereende in Anführungszeichen. Natürlich kann er nochmal zurückkommen, aber es liegt natürlich immer ein bisschen Schatten auf der Karriere. So, Nicodemus Holler bei Radnette Rose, äh, Oswald, Entschuldigung, am Start. Der hat auch eine schöne Bike-Aid-Vergangenheit, sehen wir hier 2021, da war er noch bei Team Bike-Aid am Start. Für uns immer ein guter Fahrer gewesen, auch einige Siege geholt. Gut, also Education First mit Walkren, dabei Jonas Rutsch am Start, Lotto-Kernhaus auch mit einem richtig guten Team, mit Pajur eben auch. Wir gehen mit Tim, Tom, Teutenberg als Kapitän in das Rennen rein. Wir schauen auf die Tagesform, wir schicken natürlich Fahrer an die Ausreißergruppe, um für jede Überraschung dann eben auch gewappnet zu sein. Das Team Maloja mit Malmberg ebenfalls am Start. So, Leon Rode, Messerschmidt, wir gehen nochmal ein bisschen runter, bevor wir dann gleich ins Rennen reingehen. Tirol mit Linus Rosner, den wir ja auch auf unserer Long-Liste, würde ich mal sagen, haben, ja. Aber ich glaube, den können wir auch mal von der Liste runternehmen. Ich glaube nicht, dass er es dann wirklich den Cut schafft bei uns. Loderer, der deutsche Meister aus der Ausreißergruppe für das Team Ringkopf. Atwarix natürlich auch noch mit am Stissel. Also, wir gehen rein rund um Köln. Alles andere als der Sieg ist zu erwarten. Wir sind aber trotzdem enttäuscht. So, 21 Kilometer sind es noch. Vorne eine Gruppe, eine Minute weg. Hannes Wilksch war da lange mit dabei. Jetzt ist hier gerade eine Lücke gerissen, das gibt es doch gar nicht. Das darf natürlich nicht passieren. Schauen wir mal, dass Matthieu Groß uns da jetzt vielleicht nochmal die Lücke wieder schließt. Maschke hat Feierabend für heute. Aber das darf jetzt nicht sein, dass da eine Lücke reißt. Also, Matthieu Groß geht hier hin und Timton Teutenberg fährt vielleicht mal ein Stückchen weiter nach vorne. Wäre ganz nice. Henry Ulik mit der Plus-5-Tagesform. Timton Teutenberg mit der Plus-5. Mauro Brenner versucht jetzt nochmal ein Wasser vorzubringen. Wird aber auch schon schwer genug. Wir kennen rund um Köln relativ schwieriger Parcours. Dieses Mal das Rennen nicht ganz so schnell. Malte Maschke hat es trotzdem gerissen. Wird wahrscheinlich sein einziges Jahr bei uns im Team gewesen sein. Die Algerien-Rundfahrt gewonnen. Das war relativ stark. Aber ansonsten hat man ihn dieses Jahr kaum gesehen. Da fallen jetzt einige Fahrer hinten raus. Mauro Brenner hier in der leichten Abfahrt. Kommt da vielleicht nochmal mit nach vorne, um uns das Wasser zu kredenzen. Hannes Wilksch haben wir auch noch mit der Plus-4. Können dann langsam auch mal die Truppen einsammeln. Dann starten wir doch mal mit Wilksch. Dann würde ich Eisenbad nehmen. Matteo Groß. Dann Henry Ulik. So ein bisschen als Sprintanfahrer, aber eben auch als eigener Sprinter. Können wir mal ganz kurz ein bisschen langsamer machen, damit Brenner da vielleicht noch das Wasser rüberwerfen kann. So, jetzt sieht es gut aus. Jetzt geht es los. 12 Kilometer vom Ziel rund um Köln. Das wichtigste Rennen des Jahres für uns. Laut Sponsor zumindest. Wir haben ein gutes Team mit dabei. Hannes Wilksch bringt uns jetzt mal auf die letzten 10 Kilometer. Position ist da noch nicht ganz so wichtig. Da haben wir Edward Töns inzwischen bei Uno X hier mit am Start. Kulbe, Degenkolb, Lund müsste dort irgendwo sein. So, Hannes Wilksch ein bisschen weggedrängt. Boah, jetzt ist unser Zug hier wieder gesprengt worden. Permin Eisenbad müsste da, glaube ich, einmal kurz rechts rüberfahren, damit wir aus dem Gröbsten raus sind. Kriegt jetzt auch mal das Energiegel. Startet mal den eigenen Zug. Wilksch nimmt raus. Da kommt noch mal eine Attacke vom Österreicher Federspiel. Der sagt mir jetzt persönlich nicht viel. So, Mick van Dijk hier mit dabei. Jascha Sütterlin. Alles sehr unübersichtlich. Aber ich glaube, wir sind erst noch mal in einer guten Position hier für den Sprint. Drehen das Ganze noch mal ein bisschen höher. Bevor dann gleich Matteo Kroos auch kommt. Dann gehen wir mit Henry Ulick ein bisschen früher los. So, es ist auch nicht mehr allzu weit. Energiegel hätten wir sogar noch früher nehmen müssen, sollen, können. Eisenbad gibt alles. Dann kommt jetzt Matteo Kroos. Eisenbad nimmt raus. Matteo Kroos kommt. Wir sind in einer super Position bislang. Kroos zieht das jetzt, solange er kann, vorne durch. Dann kommt Henry. So, vorne noch mal die Kurve. So, Henry kommt am Hinterrad. Timton Teutenberg. 900 Meter sind es nur noch. Teutenberg kommt noch mal. Aber wir sind nicht stark genug. Nope. Bei weitem sind wir nicht stark genug, um hier gegen die Konkurrenz mitzuhalten. Ulick dann auch deutlich in der besseren Position. Holt uns den vierten Platz. Aber das war nicht der gute Sprint, wie ich mir gewünscht hatte. Timton Teutenberg viel zu spät losgegangen. Aber Henry Ulick wird vierter bei Rund um Köln. Timton Teutenberg kommt auf die neun. Also ganz gute Ergebnisse. Matteo Kroos kommt auch noch auf die neunzehn. Aber das war nicht der perfekte Sprint, wie wir ihn gerne gesehen hätten, weil Timton Teutenberg dann gar nicht mehr vom Hinterrad von Henry Ulick weggekommen ist. So, das Grauting wirkt langsam. Mustafa Benali, der nächste viereinhalb Sternefahrer vom Potenzial her, den wir hier gescoutet haben aus Marokko. Mustafa Benali, 17 Jahre alt. Ich muss mal schauen, steht hier irgendwo das Geburtsdatum mit dabei? Bestimmt doch, oder? Weiß ich nicht. So genau kenne ich das hier jetzt noch nicht. Auf jeden Fall kriegt man hier ja auch noch mal so Pro und Con. Also, can become one of the team leaders in the... Hä? Can become one of the team leaders in the team. Okay, that's good. It's currently too weak to be on the team. He has never won a bike race before. Okay, alles jetzt nicht ganz so schlimmer. Er hat noch kein Rennen gewonnen. Er ist momentan noch zu schwach, um unser Team zu verstärken. Aber er würde ja sowieso erstmal in unser Development Team kommen. Da würden wir ihn ein Jahr parken und dann überlegen, ob wir ihn hochziehen. Aber auf jeden Fall ein interessanter Fahrer. Scout Conclusion recommended. Also, Stamp of Approval. Nicht nur Nairo in Green gibt immer Stamp of Approval, sondern auch hier wird der einfach mal gegeben. Preferred Training Style, Groundbreaking, also bahnbrechend. Das kennen wir ja alles schon. Ist, glaube ich, bei den großen Talenten fast immer so. Also, er ist auf jeden Fall ein Zeitfahrer. Hier kann man sich das alles noch mal schön ein bisschen runterbrechen lassen. Die Timeline, da gab es jetzt noch nicht ganz so viel. Er ist natürlich auch ohne Team. Deswegen gibt es da nicht ganz so viel für ihn zu sehen oder über ihn zu sehen. Der nächste Fahrer für das Development Team, der hier bei uns in Frage kommt. Also, rund um Köln der vierte Platz. Das ist doch erstmal ganz gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier nochmal so zeigen wollen, sollen. Wir sehen hier nochmal unseren Kalender, beziehungsweise den generellen Kalender jetzt im Mai. Die meisten Rennen sind jetzt hier schon fertig. 21. Mai rund um Köln ist noch nicht mit drin. Ich habe es noch nicht refreshed. Dann kommen jetzt hier noch einige nationale Meisterschaften. Und für uns geht es jetzt zur Alp-Isertour. Für uns wieder ein Zwei-Sterne-Sponsoren-Team. Da können wir dann auch gerade mal schauen, die Preview mal reingehen. Eli Gespere ist dort der Favorit. Nicola Ide, also Akea Samsic einfach komplett Favorit. Auch sehr nice. Die gehen hier mit einem sehr, sehr starken Team rein. Miguel Heidemann ist glücklich, wie man sieht. Ich kann das gut nachmachen. David Jemane gehört aber auch wieder zu den Mitfavoriten dazu. Best Recent Performances, Miguel Heidemann, Vierter bei Flash Süd-Pickering auch. Und natürlich David Jemane, Fünfter im Rennen Flash Ardenise. Juti, also wir können hier, glaube ich, auch die Stages uns anschauen. Sieht auch eigentlich ziemlich geil aus. So, da haben wir nämlich eine sehr, sehr geile fünfte Etappe. Die geht nach Saint-Pierre de Chateau. 4.500 Höhenmeter insgesamt gilt es dort zu überwinden. Hier sieht man auch nochmal den Filename, wer das dort eingestellt hat. Richtig geil. Also, holt euch PCM Plus. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist nochmal ein sehr geiles Add-on. Man kann viele Sachen eben auch planen noch. Man kann die General First Fixes und so weiter. Da werde ich aber dann nochmal in Zukunft ein einzelnes Video zu machen, beziehungsweise einfach bei uns auf den Discord kommen. Es gibt bestimmt schon einige Videos zu PCM Plus, die man dort sich anschauen kann, wo das alles auch nochmal ein bisschen genauer erklärt wird. Ich hatte jetzt leider nicht die Zeit, weil meine Familie aus Amerika hier war. Meine Schwester war hier, eben auch aus Frankfurt, beziehungsweise Nähe von Frankfurt mit Familie. Das war jetzt eine Woche Ausnahmezustand, weil vieles organisiert werden musste. Jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein. Und dann kann ich mir das alles auch mal, ja, ganz in Ruhe eben anschauen. Vor erster Etappe Alp-Isertour, Timton Teutenberg für den Sprint. Aber wir wollen vielleicht auch ein bisschen was crazy-mäßig mal versuchen. Nihon Kuru ballert mal einen Kilometer noch bis oben hin. Schauen wir mal, dass er mal hier eine Attacke reinsetzt mit Mauro Brenner eben am Hinterrad. Boah, die ziehen sich aber gegenseitig hier schon ordentlich den Stecker. Wir ziehen jetzt einfach mal mit der 99 hier drüber mit Mauro Brenner und Nihon Kuru. Schauen, was dahinter so passiert. So, Teutenberg kriegt mal ein bisschen Schmackes mit rein. Genauso wie Hannes Wilksch und Groß. Und vorne schauen wir mal. Nihon Kuru und Brenner haben sich dort leicht abgesetzt. So, Energiegel nehmen wir mal. Sind halt noch elf Kilometer. So, mal schauen, ob die da nochmal hinkommen. Alles sehr, sehr versprengt, die Gruppen. Sieht jetzt aber nicht so aus, als dass das hier erfolgreich sein würde. Mal schauen, Kostiou haben wir dort. Schrettl. So, Nihon Kuru ballert hier nochmal bergab. Da geben wir nochmal die 99 mit. Und dann kann Mauro Brenner das vielleicht ja nochmal alleine versuchen. Nochmal hier eine kleine Attacke reinsetzen. Sich kurz absetzen. So, Nihon Kuru geht halt mal zur Seite. So, Mauro Brenner attackiert da jetzt nochmal aus der Kurve raus. Mal schauen, ob die Kollegen da mitgehen können. So, Mauro Brenner. Wo ist Timton Teutenberg? Oh, je, je, der ist natürlich ziemlich weit hinten. Nihon Kuru dann in der nächsten Gruppe. Wird man hier nochmal rangefahren. Hannes Wilk stand auch nochmal weiter hinten. Wir schauen mal, ob Jemane hier die Sprintanfahrt vielleicht irgendwie noch hinbekommt. Für Groß und Teutenberg. Können wir auch schon mal nehmen. Die Energiegele. Schauen wir, Jemane bringt er uns nochmal ein Stück nach vorne. Jemane Brenner hier. Das wird dann allerdings nichts werden. Da sind die anderen dann doch ein bisschen stärker. So, Tempo ist ziemlich raus. Jemane haut hier nochmal in diesen Hügel rein. So, jetzt werden wir natürlich wieder im entscheidenden Moment vom AG Desermann weggedrängt. Ich hasse es. So, Brenner haben wir auch Energiegele nicht genommen. Drei Kilometer sind es noch. Jemane kommt er da nochmal vorne hin. Timton Teutenberg hängt mit dran. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir das mit Matteo Groß langsam so ein bisschen anziehen. So, vorne haben wir den letzten Kilometer. So, eigentlich können wir losgehen. Matteo Groß mit Timton Teutenberg am Hinterrad. Der dann jetzt mal kommt, sieht eigentlich alles gut aus für Timton Teutenberg. Der Kollege rechts geht platt. Manier ist durch. Und das sollte ein enger Sieg werden für Timton Teutenberg. Jawohl, erste Etappe in Frankreich geht an uns. Sehr, sehr cooles Profil. Spannendes Profil. Wir haben viel versucht mit Mauro Brenner, der dann hier auch noch irgendwo in der Gruppe drin ist. Und Jemane sollte eigentlich nicht zu weit weg sein. Kann sein, dass der kassiert hier Zeit. Definitiv. Also, Jemane verliert hier leider Zeit. Da haben wir viel für den Etappensieg geopfert. Wir sollen ja, glaube ich, in der Gesamtwertung eigentlich relativ weit vorne sein. Aber die Abstände werden dann wahrscheinlich auf der letzten Etappe ohnehin sehr groß sein. Zweite Etappe in Frankreich. Alp-Isertour. Hannes Wilksch in der Gruppe. Schon 2 Minuten 23 sein Rückstand. Wir ballern mal ein bisschen rein. Vorsprung 5 Minuten aufs Hauptfeld. Die sitzen hier hinten, machen erstmal nicht ganz so viel. Jakob Gessner. Dort vorne im Feld. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir können eigentlich sogar komplett durchziehen mit Hannes Wilksch. Sind wir ein bisschen zu spät dran, oder? Ja, sind wir zu spät dran. Ich habe es irgendwie schon befürchtet. Also, da gibt es keine Bergpunkte für Hannes Wilksch. Das war jetzt nicht ganz so clever. Gut, aber es ist jetzt nicht unser Primärziel, hier die Bergwertung zu holen. Hätten wir natürlich trotzdem gerne mitgenommen. Mikkel Heidemann dort sowieso sehr deutlich vorne mit 24 Punkten. Hätten wir ohnehin keine Chance gehabt. Habe ich natürlich alles gewusst. Deswegen mit Absicht verloren. Eigentlich nicht. Aber gut. Nio Kuro holt hinten mal ein Wasser. Ich glaube, wir warten noch, bis der Gipfel dann erklommen ist. Und dann geht es ins Finale rein. Ich denke mal, trotzdem eher Massensprint. Aber 5 Minuten, 5,5 Minuten auf 100 Kilometer ist erstmal ein ganz schönes Polster. So, zweite Etappe bei der Alp-Isertour. Wir ballern mal los mit Brenner. Ich glaube, Jemane kann mal raus. Brenner bleibt da wieder irgendwie im Salat hängen. Oh, geil. Ich bin noch auf Jemane drauf. Bringt uns jetzt nicht allzu viel. So, geil. Jetzt ziehen alle hier rüber. Bringt uns auch nichts. 2,8 Kilometer. Wir werden hier nicht mehr nach vorne kommen, glaube ich. In eine richtig gute Position. Groß müsste eigentlich jetzt schon kommen. Und dann wird das nichts mehr werden. So, aus der Kurve raus mit ein bisschen Beschleunigung. Komm schon, Matthieu Groß. Zieh halt mal los. Nope. Wird nichts. Und Timton Teutenberg wird dann auch nicht mehr ganz nach vorne kommen. Keine gute Position. Matthieu Groß holt uns dann ein halbwegs gutes Ergebnis. Nope. Das war nichts. War aber in der Sprintanfahrt irgendwie schon zu sehen. Nick van der Meer vor Michael Schwarzmann und Pierre-Pascal Koip. Und dann gibt es immerhin den achten Platz für Matthieu Groß. Timton Teutenberg im gelben Trikot auf der 12. Das war absolut jörnisch. So, nach dem vermuchsen Sprint ist Mauro Brenner auf der dritten Etappe für uns in der Gruppe. Inzwischen hat er sich schön verbessert. Mittelgebirge 72, Berg 69, Hügel 66. Heute mit der Plus-4-Tagesform richtig gut dabei. Allerdings wird diese Gruppe jetzt hier bald richtig auseinanderfallen. So, wir haben Arz noch vorne mit dabei. Lachlan Morton ist mit am Start verwilzt. Lamprecht schon eine gute Gruppe. Van der Eiken, Plemmernden und Kronen sind rausgefallen. Hier hinten kommt das Hauptfeld mit Jemane und Hannes Wilksch in sehr, sehr guter Tagesform. Und Samuel Nihonkuru darf man auch nicht unterschätzen. Sehr guter Bergfahrer für den Berg der ersten Kategorie, der dann hinten raus noch kommt. Jetzt geht es hier gleich zur Bergwertung. Da kommt August nochmal mit einer Attacke. Die versuchen wir irgendwie mal mitzugehen. Na toll, verwilzt, haut uns dort nochmal in die Parade rein. Schauen wir, ob wir da irgendwie mit dieser Gruppe mitkommen und ob sich das dann hier in der Abfahrt wieder versammelt. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wir wollen jetzt keine Nachführarbeit machen, aber wir bleiben in der Abfahrt hoffentlich dran. Können mit Mauro Brenner regenerieren und am nächsten Berg der ersten Kategorie nochmal was machen. Wie schaut es dahinter aus? Angeführt von Wallenborn kommt das Leopard-Team. Dann natürlich Lotto-Kernhaus mit Abt und Akea Samsic hat sich jetzt hier vorne mit eingespannt. Die Top-Favoriten auf den Sieg, wie wir ja bei PCM Plus gesehen haben. So, Nihonkuru immer noch ganz gut drauf. Wird beschützt von Teutenberg. Das gelbe Trikot hat hier seine Arbeit natürlich schon gemacht mit einem Etappensieg. Da wird vielleicht auf der vierten Etappe nochmal was gehen. Die fünfte ja nochmal schwerer als jetzt hier die dritte Etappe. Hannes Wilksch mit der Plus 5 fährt frei und Jemane wird ebenfalls beschützt. Unser Kapitän. Die Gruppe hier ist wieder zusammen. Es geht rein in den Berg der ersten Kategorie. Wir holen uns ein Wasser und schauen mal, wie lange Mauro Brenner hier noch mithalten kann. Schade. Mauro Brenner ist durch. Drei Fahrer sind dann eben doch stärker. Mit August, mit Arts und mit Lachlan Morton. Wir schafften es leider auch nicht mehr in diese minimale Abfahrt rein, die da jetzt gleich kommt. Also die drei sind leider etwas stärker. Was man sich von der Tagesform gar nicht so genau erklären kann. Mikkel Heidemann kommt von hinten. Kockelmann kommt mit. Interessant. Das Hauptfeld dann auch direkt dahinter. Vielleicht könnte Mauro Brenner da jetzt nochmal irgendwie mit reingehen. Schauen wir mal, dass wir da versuchen dran zu bleiben. In der Abfahrt. Und dann schauen wir mal, hinten, ja, Wasser ist jetzt auch nicht ganz so gut gelaufen. Hannes Wilksch geht mal an die Seite von Nihon Kuru, der heute nochmal stärker ist. Mauro Brenner vorne. Wasser müsste man halt echt nochmal holen. Das wird Matteo Groß allerdings nicht mehr schaffen. So, was machen wir jetzt? Also Mauro Brenner haben wir hier vorne. Vorne jetzt Arts und Morton noch. Jemane eigentlich ganz gut drauf. Danach gibt es quasi nur noch Abfahrt. Wir könnten jetzt ein bisschen was vorbereiten. Oder wir versuchen mal die Überraschungsattacke mit Samuel Nihon Kuru. Schauen wir mal, was die Kollegen dahinter dann gleich so treiben. Ob da Attacken mitgehen. Nihon Kuru wäre nice, wenn er hier ein paar Punkte sammeln könnte. So, vielleicht können wir die zwei ja irgendwie noch mit animieren. Aber wahrscheinlich wird es eher schwierig werden. Also Nihon Kuru wirft hier mal den Federhandschuh. Jemane sitzt hier auch noch ganz komfortabel. Mal gucken, ob hier alle hinterher gehen. Jetzt versucht Kockelmann nochmal die Lücke zu schließen. Heidemann ist da ein bisschen durch. Nihon Kuru können wir dann gleich auch Wasser holen lassen. So, hier hinten geht jetzt erstmal nicht ganz so viel. Jemane bleibt natürlich vorne mit dabei. Hannes Wilksch hoffentlich auch. Genau, der ist hier vorne in Position. Nihon Kuru zieht das jetzt als Solist vorne durch. Und in der Abfahrt kann man ja ein klein wenig regenerieren. Aber es sind dann noch circa 5, 6, 7 Kilometer unten flach. Sogar leicht ansteigend. Und so, Bergwertung geht an Nihon Kuru. Der sich einen kleinen Vorsprung rausgefahren hat vor Kockelmann. Den wir einfach mal mitnehmen. Das wäre eigentlich kein ganz schlechter Partner in Crime. Holen uns mal schnell ein Wasser. Dann Jemane und Wilksch. Ich denke mal, dass das auf Jemane rauslaufen wird. Deswegen schicken wir Wilksch auch mal schnell noch ein Wasser holen. So, mal gucken, wie gut die beiden hier vorne jetzt auch harmonieren. Die Abfahrt ist nicht ganz so steil, wie ich es mir gewünscht hätte. Kann man also jetzt auch nicht ganz top regenerieren. Kockelmann sollte allerdings auch ein bisschen vorbeigehen. Ansonsten haben wir da ein Problem. Nihon Kuru, Abfahrtswert 68, eigentlich ziemlich gut. Hier kommen dann erst die Kollegen immer noch mit einer halben Minute Abstand. Boaschi ist dort dahinter. Dann haben wir Ries. Bregneu, generell nur noch 16 Fahrer hier drin. Akea Samsic mehrfach natürlich vertreten. Nelson Oliveira ist raus. Matteo Groß, Brenner sind in der nächsten Gruppe. Das ist für uns nicht ganz so erheblich. Jemane auch schon mit einer Minute Abstand leider. Das könnte auf der fünften Etappe dann auch schwierig werden. So, Nihon Kuru. Jetzt ist Kockelmann vorne hin, der richtig ballert. Ich nehme mal ein bisschen was raus. Vielleicht zieht Kockelmann von sich aus ja länger durch. Immer noch eine halbe Minute. Lagnon Morton fährt da jetzt hinterher. Richtig im Vollsprint. Das kostet Energie, aber es scheint auch zu funktionieren. Weil Kockelmann dann eben doch da nicht dagegen halten konnte. So, dann haben wir also drei Fahrer hier. Schauen wir mal, dass wir hier einen kleinen Zug starten. Hannes Wilksch, Beschleunigung 65, 65 Sprint. Jemane, Nihon Kuru. Eigentlich würde ich es gerne mal mit Nihon Kuru versuchen. Können es ja mal folgendermaßen machen, dass wir das Tempo jetzt einfach ein bisschen hochhalten. Mit Hannes Wilksch, der ja auch schon wieder super regeneriert hat. Vorne kommen sonst sicherlich noch Attacken. 10 Kilometer sind es noch. Wasserflasche holen. Ist ja wurscht. Können wir hier hinten nochmal machen. Und dann versuchen wir vorne uns den Sprint-Sieg zu holen. Es geht nochmal leicht bergauf. Und natürlich wichtig und interessant, im Finale geht es da nochmal bergab. So, Hannes Wilksch geht los. 7,5 Minuten schon seinen Rückstand. Das ist relativ viel für den Bergfahrer. Aber 70, 70, 71 bei den Bergattributen, das ist schon ziemlich nice. Was er dort hat. So, wir sparen uns das nochmal ein bisschen. Es geht ja gleich noch bergauf. Dann können wir das Tempo nochmal erhöhen. Oder nochmal eine Attacke raussetzen. Wäre natürlich auch eine geile Idee. So, 5 Kilometer Marke ist erreicht. Aber ich glaube, die anderen können schon auch noch. Da kommen jetzt nämlich nochmal die Attacken. Dann halten wir da nur dagegen. Beziehungsweise, wenn die jetzt rauslassen. Probieren wir es nochmal mit Nihon Kuru. Der mal durchzieht. Giegel, Energiegel. Und jetzt zieh einfach. Was soll der Geiz? Wir versuchen hier hinten irgendwie dran zu bleiben. Mit Wilksch. So, Nihon Kuru, komm schon. Hol dir das Ding. Vorne geht es bergab. So, wir bleiben hier. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal schauen. Ich glaube, der holt sich das da vorne, oder? Wir sprinten mal einfach mit unseren Kollegen. Aber Nihon Kuru müsste doch eigentlich hier den Sieg feiern. Komm schon, Junge. Zieh durch. Die Attacke. Jawohl. Das passt, oder? Nice. Das war cool. Das macht Spaß. Nihon Kuru erfolgreich. Kockelmann auf der 2. Jemane kommt noch auf der 5 rein. Nihon Kuru mit der entscheidenden Attacke hier unten am kleinen Hügel. Haben wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Tempo aus dem Feld rausgenommen. Attacke. Nihon Kuru gesetzt. Keiner am Hinterrad. Also Sieg für unseren Mann aus Rwanda bei der Alp-Isertour. So, keine guten Nachrichten von der 4. Etappe. Hannes Wilksch gestürzt und ausgeschieden. Also wissen wir nicht, wie lange er jetzt ausfallen wird. Aber es wird bestimmt 1, 2, 3 Monate sein. Hannes Wilksch für die Entwicklung natürlich nicht gut. Nihon Kuru in der Ausreißergruppe. Jetzt haben wir hier gerade verpasst, wie die Jungs hier attackieren. Richtung Bergwertung. Gehen wir mal ein bisschen sparsamer hinterher. Gut, 99 ist jetzt nicht wirklich sparsam. Aber wir kommen relativ schnell wieder an die Gruppe ran, hoffe ich mal. Also das haben wir jetzt ein bisschen vermasselt. Macht nichts. Wir sind wieder dran. Wir können hier ein bisschen regenerieren. Nihon Kuru nach dem Etappensieg waren wir gerade in richtig guter Stimmung. Und dann kam jetzt leider der Sturz von Hannes Wilksch. Habe ich nicht gesehen, was da genau passiert ist. Timton Teuttenberg heute der Top-Favorit auf den Etappensieg. Dann haben wir Jemane noch mit der Plus 5. Gibt allerdings kaum Schwierigkeiten im Finale. Deswegen sollte es, denke ich mal, auf den Massensprint hinauslaufen. So, auf der vierten Etappe versuchen wir in besserer Position hier reinzugehen. In der Gegele ein bisschen zu spät. Wir haben mal wieder mal leicht verpeilt. Die Kühe schauen zu. Stehen in der ersten Reihe. Stehen wirklich wieder blöd in der Gegend rum. So, die Kurve nehmen wir voll mit. Matthäus, Matteo Groß, müsste dann gleich schon mal losgehen. Oh, da haben wir aber schon ordentlich Balken verloren. So, Jemane nimmt raus. Es sind 95 Fahrer hier noch mit drin. Matteo Groß, da vorne kommt noch eine kleine Kurve. Sprinte mal los. Timton Teuttenberg kommt auch mal. Sind wir wieder zu spät dran, oder? Kollegen sind alle wieder stärker. Kommen wir da noch mit ein bisschen Schmackes raus. Nope, kommen wir nicht. Also, die Sprints laufen einfach nicht. Schwarzmann ist jetzt nicht wirklich stärker als Timton Teuttenberg von den Werten her. Aber irgendwie kriegen wir die Sprintanfahrt nicht so richtig schwungvoll hin. Keine Ahnung, woran es liegt. Die erste Etappe haben wir ja gewonnen. Die dritte Etappe auch. Aber es waren alles nicht so diese klassischen Sprintetappen wie die hier. Und da verkacken wir es einfach reinweise. So, neuer Tag. Neue Aufnahmesession. Da ist die Stimme noch ein bisschen brüchig. So sieht es aus nach vier von fünf Etappen. Jetzt kommt aber natürlich erst die richtig harte Etappe. Mathieu Kockelmann hat richtig Bock. Den haben wir ja eigentlich auch so ein bisschen auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht. Sein Vertrag läuft, bis ich ziehe den Satz jetzt lange, bis ich es gefunden habe. Bis 2024. Talentmäßig ist er, glaube ich, auch ziemlich gut. Da können wir gleich im Spielen nochmal mit reinschauen. Also, Mathieu Kockelmann eine Möglichkeit. Ich glaube, Kevin hat er auch noch einen Franzosen genannt. Alain Rieu. Da könnten wir auch nochmal schauen, ob das nicht vielleicht ein Ersatz wäre für unseren Leo Bouvier. Aber Mathieu Kockelmann ist einfach so ein Name, der geht schon hart. Also, der geht schon sehr, sehr hart. So, wir schauen mal ganz kurz auf die fünfte Etappe. Das ist diese hier. Und da sehen wir schon Berge der ersten Kategorie. Und zwar richtige Berge der ersten Kategorie. Eine kleine Abfahrt. Dann geht es nochmal hoch zum Berg der dritten Kategorie. Das macht schon richtig Spaß. Da versuchen wir natürlich mit David Jemane noch ein klein wenig nach vorne zu kommen. Momentan ist er auf dem 14. Platz, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. General, da haben wir das General Hospital. Also, 14. Platz mit 1,39 Rückstand. Das ist schon ziemlich viel. Wir sollen in die Top 5 kommen. Wenn wir da vorne so die Kandidaten sehen, dann wird das relativ schwierig. Da haben wir viel Zeit verloren, weil wir auf Etappensiege gegangen sind. Dann haben wir Mauro Brenner und Mathieu Groß natürlich auch noch mit in der Verlosung. Wir geben unser Bestes. Wir versuchen dort nach vorne zu kommen. Lecklen Morton noch auf der 10. Ja, Lecklen Morton mich doch am Arsch. Entschuldigung. Aber gut, also da sind ein paar Sprinter vorne mit drin mit Pierre Pascal Koip. Mathieu Kockelmann wird sicherlich jetzt auch nicht überragend gut klettern. Gut 69er Mountain wert. Gar kein so schlechter Allrounder. Juti, also let's go David Jemane. Wir versuchen in die Top 5 zu kommen, Etappensieg zu holen und natürlich einfach irgendwie wieder was Cooles zu machen. Ich feiere ja diese Form von Etappensiegen, die wir dann eben auch mit Nier und Kuro geholt haben. Wir haben an dem einen Hügel nochmal attackiert und dann ist er einfach steil gegangen. Das war richtig nice. Wir werfen mal ganz kurz den Blick auf Samuel Nionkuru. Da sehen wir doch, wenn wir auf Season gehen. Ach, auch das sieht richtig schön aus. Da kriegt man nochmal richtig nice aufbereitet, wie das Ganze gelaufen ist. Hier auch die rote Fahne noch für den Etappensieg nach Saint-Maurice-Lexil war ja auch keine ganz leichte Etappe. Also das war richtig nice. Auch er jetzt mit seinen ersten Punkten im UCI-Ranking. Und ja, der blonde Bart bei Samuel Nionkuru, der passt schon. Sehr geil. Das Bild, das lasse ich mir einrahmen. Die Verletzungsmeldung von Hannes Wilksch ist natürlich auch da. Der wird uns jetzt auf der Bergetappe auch extrem fehlen. Also das wäre noch eine schöne weitere Waffe gewesen. Unser 22-jähriger deutscher Etappenfahrer. Er fällt bis Ende Juni aus. Mitte Rippenbruch. Vertragsende 2025. Also da müssten wir nächstes Jahr sogar schon wieder in die Verhandlungen reingehen. Da sind wir gar nicht mit einem Drei-Jahres-Vertrag eingestiegen. Ich würde gerade mal ganz kurz schauen. Meine Stimme geht irgendwie dauernd weg. So, wir gehen mal ganz kurz drauf. Wer ist denn bis 2026 an uns gebunden? Das sind die Fahrer, wo wir uns sicher sind, dass wir sie auf jeden Fall behalten wollen. Charles Kagemur kriegt dann eh keinen neuen Vertrag. Nein, Quatsch. Der bleibt bis zum Schluss bei uns. Genauso wie Salim Kipkem, Boimaro Brenner bleibt lange. Matteo Kroos. Da würde ich gerne nochmal ins Potenzial reinschauen. Da sehen wir, dass er bei Panschö eigentlich ein ganz gutes Potenzial hat. So, Vlad van Mechelen bleibt bis 2026. Die Entwicklung ist allerdings, wie gesagt, nicht ganz so schnell. L70 Sprint, 71 Zeitfahren, Zähigkeit 74 ist cool. Mega guter Allrounder. Leider hat er ja sein Potenzial, was hier im Spiel angezeigt wurde, im Winter, bevor er zu uns kam, dann wieder verloren. So, dann haben wir Henry Ulik bis 2026 und Nils Michott. Auch bei ihm ist die Entwicklung jetzt noch nicht ganz so stark. Aber 72 Hügel, da ist jetzt doch ein kleiner Sprung nochmal passiert. 72 Kopfsteinpflaster, Beschleunigung ist gut. Also da kann auch einiges jetzt noch kommen. Juti und hier sind eben die Fahrer, wo der Vertrag ausläuft. Das sind, wie viele Fahrer davon geben wir weg? Ich glaube, Leo Bouvier werden wir weggeben. Zwei, drei, vier, fünf Fahrer geben wir auf jeden Fall weg. Wir sind momentan, glaube ich, bei 20 Fahrer. Wir wollten auf 25 erhöhen, damit wir eben auch Richtung Conti Pro kommen. Und wenn wir Emil Herzog bekommen, das wäre natürlich besonders nice. Und wenn man sich jetzt hier nochmal die jungen Talente für unsere zweite Mannschaft anschaut. Also Mustafa Ben Ali, Tahir Girma, die würde ich schon sehr gerne verpflichten. Wir schauen mal 17.11.2006. Der wäre also auch 18 Jahre alt, wenn dann die neue Saison losgeht. Also das müsste schon passen mit, ja, vier Sterne Potenzial. Das ist schon ziemlich nice, wenn man auch mal schaut. Sportzeitfahren, es sind halt viele Zeitfahrer mit dabei. Ali, Seleke mit Kopfsteinpflaster, sowas feiere ich immer, sage ich jedes Mal. Wenn ein Fahrer aus einem exotischen Radsportland dann eben auch auf einmal Kopfsteinpflasterfahrer ist. Das finde ich schon sehr geil. Paolo Muria haben wir sowieso mit auf dem Zettel. Den haben wir sogar, glaube ich, schon in unsere Transferpunkte mit reingenommen. Sotirios, Marios, Bretas, Hügel 70 inzwischen. Den werden wir auch auf jeden Fall hochziehen. Da könnten wir dann auch bald mal in die Punkte reingehen. Schauen wir gerade noch mal drauf in unsere Transferpunkte. Was wir da jetzt schon so gemacht haben. Ach, den haben wir eh schon drin, die drei Punkte. Da sehen wir, was für ein wichtiges Ziel es für uns ist. Dann Davis B. Jensika mit viereinhalb Sternen. Richtig guter Fahrer aus Uganda. Paolo Muria mit vier Sternen. Dann Emil Herzog natürlich mit fünf Sternen. Unser absolutes Primärziel. Momentan Hügel 72. Bergmittelgebirge noch nicht ganz so stark. Da müssen wir mal schauen. Etappenrennen vielleicht auch nicht das allerstärkste für ihn. Aber bei ihm glaube ich auch, dass über den Winter noch mal eine Potenzialverbesserung nach oben kommen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Emil Herzog dort noch mal angepasst werden wird. Momentan ist er bei 17%. Das ist noch zu wenig. Aber wir sind auch erst am 28. Mai. Also da ist noch einiges an Zeit, bis es dann an die Verhandlungen geht. Aber jetzt geht es erst mal rein. Wir wollen hier in die Top 5 noch reinkommen. Ich glaube, ein schnelles Tempo ist gefordert. Unsere Jungs sind gut drauf. Wir haben vier gute Bergfahrer mit dabei. Natürlich mit David Jemane, unserem Kapitän, der sich ja auch noch mal verbessert hat bei Mittelgebirge und Hügel. Mit 72 dort jetzt zumindest. Zähigkeit ist nur bei 65. Das ist nicht ganz so stark. Mauro Brenner hat sich gut verbessert. Matthieu Groß macht Fortschritte. Und Samuel Nijonkuru mit dem Etappensieg hier sicherlich auch mit ordentlich Rückenwind. Also rein geht es in die Königsetappe in Frankreich. Wir gehen rein auf eine sehr, sehr spannende Etappe. Mauro Brenner vorne in der Ausreißergruppe. Zehn Fahrer sind es. Mauro Brenner nicht der stärkste hier vorne. Wir wurden schon mehrfach abgehängt. Aber sind dann in den Abfahrten immer wieder rangekommen. Eben auch mit der Unterstützung von ein paar Helfern. Das waren ursprünglich mal 18 Fahrer. Jetzt sind es dann nur noch zehn. Und Brenner muss da dann doch mal, weiß es nicht genau, ob das vielleicht besser wirkt. Aber wahrscheinlich auch schwierig. Wir verlieren hier gerade so ein bisschen den Anschluss. Tempo schon ziemlich hoch. Machen wir mal einen 70er Wert, damit wir mal ein bisschen mittig fahren. Windgeschütz. Da sind noch fünf Kilometer bis oben hin. Das Ding scheint ziemlich steil zu sein. Die Coli Petit Granier. Der Berg des kleinen Kratlers, wie man in Bayern sagt. So, Huga kommt, um uns mal ein bisschen zu umarmen. Da hat auch einer noch ein Paket mit dabei. Wallenborn am Start. Teutenberg, der gerade Wasser geholt hat. Noch an der Seite von Jemane. Und wir haben Matteo Groß an der Seite von Nionkuru. Schauen wir mal. Uiuiui. Ja, das wollen wir auf gar keinen Fall. Also wenn das Tempo hier raus ist, dann nehmen wir auch raus. Wenn hier gar keiner mehr mitarbeitet. Mauro Brenner fährt da jetzt an der Spitze. Da können wir auch noch ein bisschen Tempo rausnehmen. Ganz ehrlich, das muss jetzt nicht sein. Von hinten kommen sie natürlich jetzt ran. Wobei Ries jetzt auch nicht gerade den allerstärksten Eindruck macht. Aber so können wir natürlich sogar ein bisschen regenerieren hier den Berg hoch. Mal schauen. Jetzt kommen die Kollegen. Mit ein bisschen Tempo immerhin. Jetzt wird es wieder schneller und steiler. Die letzten Meter sind dann allerdings nicht ganz so extrem. Ich mache mal gerade so. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran. So, also Bjarne Ries macht nach wie vor Tempo. Jetzt für Luxemburg am Start. Clever. So fällt keinem mehr auf, dass es eigentlich der ehemalige Tour de France-Sieger ist. Er ist, glaube ich, gar kein Tour de France-Sieger mehr. Sie haben es ihm genommen. So, jetzt kommt hier aber nochmal richtig Tempo rein. Und das könnten dann auch die letzten Meter wieder mal von Marco Brenner gewesen sein. Ein Kilometer ist es noch. Wir haben hier auch Ache Feine mit dabei. Gepretinsaie. Der eritresische Sprinter. Wir können hier eh nicht mitgehen. Versuchen nochmal ein halbwegs gutes Tempo alleine hier hochzufahren. Aber gleich geht es dann auch wieder an den roten Balken. Attacke mitgehen. Hätte überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Jetzt versuchen wir mal mit der 99 da wieder ranzuballern. Vor allem zu dieser Gruppe hier vorne hinzukommen. Um dann wieder mitzukommen. Wir fahren mal durch den Asphalt durch. Durch den Monsun. Durch den Asphalt hinter die Welt. Bis ans Ende der Zeit. Bis kein Teer mehr fällt. Man kennt noch den Hit von Tokio Hotel. Kennt jemand noch Tokio Hotel? Ich hoffe nicht. So, also komm schon Mauro. Komm da mal wieder ran. 2,45 noch der Vorsprung auf die Gruppe dahinter. Dann können wir uns hier in der Abfahrt nämlich mit dranklemmen. Wenn der Zusammenschluss hier wäre. Dann pallen wir hier mal ein bisschen weniger rein. Wir haben ja das Hinterrad. Können vielleicht ein bisschen entspannen. Und jetzt geht es ja auch ein bisschen in die Ebene. Wenn die Gruppen hier wieder zusammengeführt werden, wäre super. Mauro Brenner mit dabei. Teutenberg ist hinten raus. Wir geben mal Matteo Groß an die Seite von Jemane. Jemane, da er eben nach wie vor unser Kapitän ist. Neon Kuru mit 4,25. Jemane mit 1,39. Und wir können mal ganz kurz schauen, wer von den Top Ten denn hier überhaupt noch mit dabei ist. Tun wir mal so, als wäre das hier die Tour de France. Also da sind natürlich schon noch einige mit dabei, wie man hier sieht. Pierre-Pascal Koip auch noch mit am Start. Guter Hügelfahrer. Eigentlich ein guter Allrounder. Ich habe Pierre-Pascal Koip entweder immer so unter Sprinter mit drin in meinem Kopf. Aber, wenn man sich das so anschaut, eigentlich ein richtig, richtig geiler Allrounder. Schon eine richtig schöne Etappe, die hier zusammengeschustert wurde. Akea Samsic macht vorne Tempo ohne Ende. Ries nach wie vor vorne. Dann Kostiou, dann Guglielmi, Jesper, Nelson, Oliveira mit dabei. Die sind natürlich alle Top-Favoriten. Wir müssen nochmal nach dem Wasser schauen, dann gleich in der Abfahrt. Tempo ist jetzt hier sehr, sehr hoch. David Jemane sieht allerdings trotzdem noch fresh aus. Wir haben dann gleich nochmal eine Abfahrt, wo wir regenerieren können. Gruppe besteht jetzt noch aus 30 Fahrern. Wir bleiben hier mal ein bisschen länger drauf, weil ich finde, das ist so eine Rundfahrt, die jetzt gerade richtig Spaß macht. Und wir wollen ja noch in die Top 5 kommen. Da müssten wir jetzt einfach auch mal schauen. Buschek, der auf Platz 15 in der Gesamtwertung war, fällt raus. Können auch mal ein bisschen zurückscrollen, da schon ein paar weitere gute Gesamt-Klassements-Fahrer rausgefallen sind. Wir gehen mal ganz kurz ins Klassement und schauen mal. Kockelmann ist auf jeden Fall vorne noch dabei. Ach geil, man kann jetzt inzwischen sogar die Werte wieder hier so anschauen. Das wusste ich gar nicht, aber ich kann nicht mehr auf den Namen und dann geht es zum Fahrer hin, oder? Oder geht das hier? Ah, doch, geht noch. Also, Kockelmann ist auf jeden Fall vorne noch mit dabei. Kockelmann ebenfalls Kostüme mit dabei. Breckneu, Jesper, Pickering, Schrettl. Die sind alle hier vorne in der Gruppe mit David Jemane. Boah, alter Schwede hat das jetzt den Stecker gezogen. Aber für extrem viele. Kostüme hat vorne jetzt angegriffen. Der fährt zu Christy Jones hin. Das ist mal mutig. Jesper geht hinterher, macht ja Sinn. Und jetzt wird es langsam auch ein bisschen eine Teamfrage. Wer kann da jetzt überhaupt noch hinterher gehen? Interesting. Akea Samsic wird jetzt nichts mehr machen. Die haben jetzt ihre Arbeit schon gemacht. Und sehr, sehr früh attackiert. Matteo Groß könnten wir versuchen, vielleicht jetzt nochmal ein Wasser holen zu lassen. Ein Kilometer noch bis zur Sprintwertung. So, hebt den Arm. Und dann ab mit dem Wasser nach vorne. Natürlich kommt ausgerechnet jetzt wieder so ein kleiner Hügel. So, mit letzter Kraft kommt schon Matteo da vorne. Ist es doch dann auch geschafft. Jetzt nochmal Schwung nehmen. Nochmal Schwung nehmen. Und dann geht es gleich weiter. Also die Top Ten sind hier noch drin. Vorne zweimal Akea Samsic. Das kann interessant werden. Das ist natürlich für die eine optimale Situation. Matteo Groß versucht jetzt in der Abfahrt uns nochmal ein Wasser an den Kopf zu werfen. Und dann geht es gleich in den Berg der ersten Kategorie. Der Koldepocht. 13 Kilometer. 8,2 Prozent im Schnitt. David Jemane gegen Akea Samsic. Alter Schwede Akea Samsic, ey. Kostiou und Jasper werden eingeholt. Also attackiert jetzt Gül Yemi. Auch nicht schlecht. Jo, gute Werte. Zwölfter in der Gesamtwertung. 1,16 sein Abstand. So, wir kommen jetzt hier rein. Schauen mal, dass wir mit Neon Kuru vielleicht ein bisschen Tempo machen. Jemane hinten dran. Das wird jetzt eh nicht ewig dauern. Also nicht Tempo machen. Aber zumindest hier vorne mit dranbleiben. Jasper geht auch nochmal hinterher. Reimt sich natürlich alles wieder ungewollt. So, wir halten mal ein gutes Tempo. Die beiden bekommen auch schon mal ihre Energiegele. Sind wir im sehr, sehr steilen Bereich. Matteo Groß wird da mit der Plus-5-Tagesform ein bisschen weggedrückt. Natürlich haben wir auch sensationell gute Tagesformen. 10 Kilometer sind es noch bis oben hin. Heißt jetzt einfach ein bisschen Energiesparlampe reindrehen. Mit dem Kollegen Jemane. Und dann oben raus vielleicht diese Lücke, die da vorne entstanden ist, wieder klein fahren. So, die Gruppe wird natürlich immer kleiner. Jetzt kommt Neon Kuru ein Stück nach vorne. Leckton Morton macht Tempo. Aber ich will jetzt hier auch nicht diese ganze Gruppe mitziehen. Da würde ich jetzt mal mitgehen. Mit Miguel Heidemann. Und Neon Kuru macht Feierabend. Also da würde ich jetzt schon gerne dranbleiben. Bei Miguel Heidemann. Und vor allem eine Attacke kontern kostet ja auch nicht ganz so viel Energie. So, und jetzt fahren wir unseren Stiefel da mal gemeinsam hoch. Es sind noch 8 Kilometer. Schon ganz schön lange. Wir lassen uns von Miguel Heidemann noch ein bisschen ziehen. Dahinter kommen natürlich auch noch einige. Aber die Situation ist jetzt erstmal nicht ganz verkehrt. Gugljemi ist relativ früh losgefahren. Energie können wir noch nehmen. Drehen mal ein bisschen runter. Kostju ist durch. Der hier hinten die Nachführarbeit machen soll. Was eigentlich auch nicht so richtig Sinn macht, dass Akea Samsic da jetzt hinterher fährt. So, Koip ist noch hinten mit dran. Morton ist jetzt raus. Weiterhin hier am Hinterrad des Kollegen Heidemann. 44 Sekunden der Vorsprung hier auf Nelson Oliveira. Und vorne der Kollege zieht das aber durch. Also ganz ganz stark. So, jetzt sind wir vorbeigegangen. Es gibt gleich mal ein etwas flacheres Stück. Eine Minute der Rückstand. Mal schauen, was der Kollege da vorne durchziehen kann. Wenn wir jetzt hier zweiter werden, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Wir wollen in die Top 5 kommen. In der Gesamtwertung. Und Miguel Heidemann hat sich schon auch gut verbessert. War vielleicht ein Fehler, dass wir ihn nicht geholt haben. Er fährt jetzt mal vorbei. Ich gehe auch noch mal ein bisschen runter von den Werten. Dann können wir das Hinterrad noch ein klein wenig genießen. Hoffen wir mal, dass die hier nicht wieder rankommen. Ansonsten haben wir dann oben doch ein Problem. So, es sind noch 3 Kilometer, 4 Kilometer für uns. Ich erhöhe jetzt doch mal ein bisschen den Druck hier auf Heidemann. Wir haben ja auch das Energiegel noch. Jetzt kommt ein ganz ganz okayer steiler Bereich. Aber dann in die Abfahrt rein. Wir können bis oben alles raushauen, was wir haben. Versuchen wir das noch mal ein bisschen zu reduzieren nach vorne. Oben sehen wir die 10 Kilometer Marke da noch. Ich würde mal das Energiegel jetzt langsam nehmen. 2,3 Kilometer. Normalerweise so 3 Kilometer vom Gipfel sollte man es immer nehmen. Vorsprung wird jetzt schön schnell kleiner. Gehen wir jetzt echt mal all in und versuchen den Franzosen noch zu holen. Jetzt haben wir auch Miguel Heidemann abgehängt. Kommen jetzt mit 7 Meinenstiefeln da vorne hin. David Jemane mit dem besten Energiemanagement anscheinend. Sehr, sehr gut. Also David Jemane kickt jetzt die Konkurrenz. Mal schauen, ob der Franzose da noch mithalten kann oder ob wir ihn gleich platt fahren. Naja, der Franzose bleibt dran. Jo, der Franzose bleibt dran. Okay, dann schauen wir mal. Regenerieren werden wir jetzt eh beide. Vorsprung nach hinten ist 2 Minuten. Also das ist schon enorm. Jetzt schauen wir mal. Der Franzose, Beschleunigung 72. Es geht hinten nochmal ganz, ganz minimal bergauf. Da müssen wir dann aufpassen. Aber regenerieren werden wir jetzt eh auch so weit, dass wir da sprinten können. Aber sehr, sehr spannende, geile Etappe. Wie lange geht das Finale? Ich muss es mir kurz einmal anschauen, wenn ich den Punkt treffe. 600 Meter. Also da kann man dann eigentlich auch schon direkt einfach von vorne los sprinten. Na ja, wir machen es uns gerade ein bisschen kaputt. Müssen noch ein bisschen Tempo rausnehmen in der Abfahrt. Kommt der jetzt? Gerade. Jo. Gehen wir mal ins Hinterrad. Boah, der Franzose ist stärker. Jo. Und Jemane ist eh platt. Keine Ahnung, haben wir in der Abfahrt jetzt zu schlecht regeneriert? Ich glaube schon, oder? Da sind wir dann zu großkotzig gewesen. Guglielmi holt sich den Sieg. Jemane dann auf der 2. Wird die Rundfahrt nicht gewinnen. 1.16. 1.39. Also der Franzose holt sich den Sieg. Aber es sollte auf jeden Fall für den zweiten Platz reichen. Ich hätte in der Abfahrt, glaube ich, ihn einfach ein bisschen mehr arbeiten lassen sollen. Weil von hinten wären sie eh nicht mehr rangekommen. Das wäre cleverer gewesen. Aber das ist immer so. Wenn man sich als der stärkere Fahrer fühlt, dann versucht man es irgendwie trotzdem von vorne zu gewinnen. Miguel Heidemann, Alter, mit 3 Minuten Abstand. Dann Olivera. Wo ist Nihon Kuru? Na, der hat dann doch auch ordentlich gut. Ich habe ihm auch gesagt, er soll ruhiger machen. Der hat dann doch ordentlich verloren. Also wir erfüllen das Sponsorenziel. So viel ist schon mal gesagt. Aber die Rundfahrt gewinnen wir nicht. War trotzdem, wie ich finde, eine der geilsten Etappen bislang dieses Jahr. Hat richtig Laune gemacht. Da hat es sich gelohnt, dass wir mal ein klein wenig... Warum fehlen mir eigentlich in letzter Zeit immer die Worte? Ein klein wenig ausführlich. Ja, mir fehlt das Wort ausführlich. Da sieht man mal, wie müde ich einfach auch bin von den letzten Wochen. Also gut, dass wir hier ein bisschen ausführlicher reingegangen sind. Ich sehe auch noch ziemlich verschlafen aus. Juti, also zweiter Platz für Jemane. Wir schauen mal auf das Endergebnis. Also Guilherme holt sich die Etappe 27 Sekunden vor Jemane. Dann 3 Minuten, 4 Minuten, 6,5 Minuten. Das hat sich durchaus noch ein bisschen gedreht in der Gesamtwertung. Also 54 Sekunden der Abstand von Jemane. In der Gesamtwertung hätten wir es eh nicht wuppen können, so richtig. Er hat uns natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit draufgegeben. Wenn der Berg noch 2 Kilometer länger gewesen wäre, dann wären wir locker dran vorbeigefahren. Ich hätte vielleicht eine Attacke reinsetzen sollen. Oben noch mal drüber. Aber das wäre auch schwer geworden. Also trotzdem Glückwunsch. Anakea Samsic, die sich hier verdient, den Sieg holen. Natürlich auch mit der bockstarken Mannschaft an den Start gegangen. Bergwertung geht nach Belgien. Das kennt man. Ganz klare Bergnationen. Die Belgier haben auch viele Berge in ihrem Land. So, Schwarzmann in der Punktewertung vorne. Da haben wir natürlich mit unfassbar vielen verschiedenen Fahrern um Etappensiege gekämpft. Nachwuchsfahrerwertung geht an Finlay Pickering. Auch interessant. Von Trinity. Dann Anakea Samsic in der Teamwertung vorne. Kelsi Pries. Und wir schauen mal ganz kurz in diesen Pickering rein. Wir schneiden den mal auf und zählen die Ringe. Finlay Pickering. Trinity Racing. 21 Jahre alt. Durchaus guter Fahrer. Also es gibt unfassbar viele gute Talente natürlich hier. Lucas Neruka ist natürlich auch bekannt. Jetzt auch bei der Tour de la Vénière. Relativ ordentlich unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es da sogar für einen Etappensieg gereicht hat. Auf jeden Fall auch eher ein richtig großes Talent aus England. Muss man mal schauen, ob es dann für die absolute Spitze reicht. Markus Hulgaard hier inzwischen auch mit dabei. Interesting. Wen haben wir sonst noch? So ein bisschen Talent Watch. Deswegen Tour de la Vénière macht mir fast mehr Spaß als die Vuelta. Oder hat mir fast mehr Spaß gemacht als die Vuelta. So, wir schauen nochmal auf die generelle Gesamtwertung. Dort sehen wir Jemane auf der 2. Wir haben Niancura auf der 17 mit Etappensieg auf der dritten Etappe. Matteo Groß auf der 18. Auch das eine richtig gute Leistung. Mauro Brenner dann heute nicht stark genug gewesen. Der ist an den Bergen dann doch immer relativ schnell und deutlich abgehängt worden. Wir schauen mal, woran es liegt. Die Zähigkeit ist bei 65. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Aber ansonsten eine starke Leistung. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Punkte. Eigentlich müssten doch jetzt fast alle Fahrer... Ah ne, Bonheur and Dai Senga hat immer noch keine Punkte. Adrian Zuga noch nicht. Aber da läuft der Vertrag, glaube ich, eh aus, oder? Ja, 2024 ist halt auch so der typische Sprinter. Aber von diesen 68, 69, 69, 70 Sprintern haben wir mehr als genug. Und sein Talent ist halt jetzt auch nicht mehr ganz so groß. Gibt Kenboy auch noch ohne Punkte. Da arbeiten wir dran, dass er auch nochmal was holt. Und Niancura jetzt mit einem Sieg und immerhin 20 Punkten. Sehr, sehr nice. 70er Bergwert. Panscher-mäßig geht da noch ein bisschen was. Auch am Berg geht noch was. Also Niancura bis 2025 an uns gebunden. Dann müssten wir nächstes Jahr dann wieder in die Verhandlungen mit reingehen. So, wir schauen mal in den Kalender. Beziehungsweise machen wir es doch lieber so. So finde ich es irgendwie immer übersichtlicher. Jetzt kommt Paritoire. Dann werden wir auch gleich noch reingehen. Ein 2,5-Sterne-Ziel. Wahrscheinlich mit einem ähnlichen Team. Ich weiß gar nicht, warum ich da David Jemane mit rein habe. Aber gut, kann man ja vielleicht Richtung Ausreißergruppe sehen. Hannes Wilksch hatte ich da eigentlich mit eingeplant. Der wird natürlich jetzt nicht mit dabei sein können. Mathieu Groß, Niancura, Mauro Brenner. Ich habe einfach dasselbe Team genommen, was bei der Alp-Isertour mit dabei ist. Aber da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen umswitchen, weil es hier natürlich komplett nur um die Sprinter geht.